Jesus zeigt sich Thomas. Nachdem Jesus vom Tod auf erstanden war, besuchte er immer wieder seine Jünger, die sich hinter verschlossenen Türen trafen. Nach all der Aufregung konnten sie einfach nicht schlafen. Sie saßen zusammen und unterhielten sich über das, was sie erlebt hatten. Das ist ja schade, dass Thomas noch nicht hier war. Wie wird er reagieren, wenn er hört, dass Jesus bei uns gewesen ist, sagten die Jünger zueinander. Thomas gehörte auch zu den Jüngern Jesu. Er hatte Jesus aber noch nicht gesehen, weil er nicht mit den Jüngern zusammen gewesen war. Wo wird Thomas sein? Niemand hatte ihn gesehen. Vielleicht dachte er, dass nun alles vorbei ist, weil Jesus gestorben war. Plötzlich klopfte jemand an die Tür. Die Jünger bekamen Angst. Wer mochte das mitten in der Nacht sein? Sie gingen zur Tür und öffneten vorsichtig. Es war Thomas. Thomas, da bist du ja. Komm schnell zu uns. Wir müssen dir was erzählen. Jesus lebt. Er hat uns hier besucht. Er hat mit uns geredet. Sogar gegessen hat er mit uns. Hier in diesem Haus. Thomas schaute sie an, schüttelte den Kopf und sprach. Das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Ich muss Jesus selbst sehen. Erst wenn ich die Nagelwunden an seinen Händen und Füßen berühren darf, dann kann ich es glauben. Erst wenn ich die Verletzungen durch den Speer an seiner Seite fühlen darf, kann ich glauben, dass Jesus wirklich lebt. Nach acht Tagen trafen sich die Jünger wieder in dem Haus. Wie beim letzten Mal hatten sie die Türen verschlossen. Diesmal war Thomas nun auch mit dabei. Plötzlich stand Jesus vor ihnen und grüßte sie wie beim letzten Mal. Friede sei mit euch. Thomas war vollkommen verwirrt. Es verschlug ihm die Stimme. Er starrte Jesus an und dachte. Ist das wirklich Jesus? Vielleicht täusche ich mich. Doch Jesus ging auf Thomas zu und reichte ihm seine Hände. Schau her. Hier siehst du meine Nagelwunden. Du kannst sie berühren und glaube mir, dass ich es wirklich bin. Da begriff Thomas, dass Jesus vor ihm stand. Er war es wirklich. Ja, sein Lehrer, sein Freund, der am Kreuz gestorben war. Das erkannte Thomas nun. Er war wie benommen und konnte kaum sprechen. Mein Herr und mein Gott. Jesus sprach zu Thomas. Weil du mich siehst, glaubst du nun, Thomas. Aber wie glücklich werden dann die Menschen sein, die mich nicht sehen und doch an mich glauben. Da wurde Thomas ganz froh, dass er Jesus hatte sehen und berühren dürfen. Er freute sich wie die anderen auch, dass sie ihren Lehrer und Freund nicht verloren hatten. Jesus war und blieb der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Jesu